Moin Leute und willkommen zu einer Wetterfolge auf meinem Kanal. Ich wollte heute Personen grüßen. Sorry. Ich wollte heute Personen grüßen, die mir nette Kommentare geschrieben haben unter diesem Video. Also, als erstes grüße ich den. Du bist voll Abogeil, das ist nicht gut. Ich bin nicht Abogeil, ich meine nur, dass ich jeden einzelnen durchgrüße. Also, küsse einen Nikita, schäme dich für deine bösen Taten. Und auf einmal den Brian und Flo LP, den grüße ich auch. Und Karel, auf jeden Fall richtig geil von euch. Und ja, ciao Leute. Shit, ich bekomme mein Dings nicht zu. Okay, xd, ciao.